Vor dem Beginn Ihrer Therapie müssen Sie sich über den Zusammenbau und die Verwendung Ihres Gerätes im Klaren sein. Aber keine Sorge, ResMed Air Solutions bietet einfache Lösungen, sodass die Erklärung nicht lange dauert. Nehmen Sie zunächst das Gerät aus der Tasche. Verbinden Sie das Netzteil und stecken Sie es ein. Die richtige Luftbefeuchtung für eine möglichst angenehme Therapie zu erhalten, ist nun einfacher als je zuvor. Nehmen Sie einfach den beheizbaren Humid Air Luftbefeuchter, öffnen Sie ihn und füllen Sie ihn bis zur äußersten Fülllinie mit Wasser. Schließen Sie ihn, setzen Sie ihn in die Seite des Gerätes ein und verbinden Sie den Slimline Atemschlauch. Verbinden Sie dann Ihre Maske mit dem Schlauch. Ihr Gerät ist nun einsatzbereit. Nun müssen Sie ihn nur noch auf Start drücken und Ihren erholsamen Schlaf genießen. Nach dem Zusammenbau Ihres Gerätes ist es an der Zeit, sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen. Das Gerät hat ein Display, einen Navigationsdrehknopf, einen Start-Stop-Knopf und einen Home-Knopf. Unter Meine Optionen können Sie Ihre Therapieeinstellungen anzeigen und personalisieren. Die Schlafberichtsfunktion erstellt automatisch eine Zusammenfassung Ihrer letzten Therapiesitzung, wenn Sie auf Stop drücken. Ihr Gerät wurde für automatischen Komfort für die ganze Nacht konzipiert. Stecken Sie es einfach ein und schon kann es losgehen. Zudem hat jedes Gerät einen eingebauten Umgebungslichtsensor, der die Displayhelligkeit den Lichtverhältnissen im Raum anpasst. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch ab, um eine angenehme Nachtruhe zu ermöglichen. Die neue Funktion Autorampe von ResMed erkennt, wenn Sie einschlafen und ermöglicht somit eine komfortable Therapie, sobald Sie Start gedrückt haben. Hierbei wird zunächst ein niedriger Druck abgegeben, damit Sie leichter einschlafen. Nach dem Einschlafen wird der Druck dann sanft auf das verschriebene Niveau erhöht. ResMed Air Solutions – ein neuer Beginn mit großartigem Schlaf.